Ja, Hallöchen, schön, dass Sie unseren QR-Code angekriegt haben. Sie befinden sich im Hofladen Köhn. Sie sind Sportler, wollen sich bewusst gesund ernähren, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir haben eine reichliche Auswahl von frischem Gemüse, Obst, Äpfeln, große Theke von Käse und Wurst- und Weichprodukten. Alles, was Sie zum täglichen Leben brauchen. Wie zum Beispiel diese schönen Bellanäpfel hier. Können übrigens auch Allergiker vertragen. Ein sehr gesunder Apfel, schmackhaft, fest und süß. Und damit Sie auch Klappfrau reinbeißen können. Ob unsere Produkte wirken, können wir jetzt direkt mal testen, damit Sie auch bei uns zuschlagen können. Na Papa, jetzt testen wir mal. Aua! Wirkt. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Besuchen Sie uns mal. Und unserem Boxer Ben wünsche ich natürlich auch viel Glück und Erfolg, damit ihr auch möglichst weit kommt. Und wenn Sie zwischendurch mal eine kleine Stärke brauchen, ein Apfel-Zuzimmer. Bis bald im Hofladen Köhn. Wir nächsten Mal. Vielen Dank.